Ich habe mal so einen Korb genommen. Obst, haben jetzt Reintrauben, die sind auch stillenhart, Pfirsiche, ist nur noch einer da, nehm ich aber mal mit. Und die sind nicht mehr gut. Hä, muss ich nochmal Äpfel? Ne, das sind Pfirsiche. Ne, Nektarinen, aber die sind echt nicht weich. Alle hart. Die beiden nehme ich vielleicht mal mit. So. Gut, ich glaube, die haben keinen mehr. Sprite haben die auch nicht. Ich habe mal Gazas mitgenommen, aber ich muss ja eh nochmal bestellen. Egal. Doch, Kartoffeln haben die, okay. Die waren nicht mehr doll, ne. Das sind noch bessere. Ich habe jetzt nochmal hier Kartoffeln geholt, weil die Kartoffeln beim Beamen waren nicht gut. Die Kleine wollte Kartoffeln haben. Ich habe sie nochmal geholt. 17 Täler haben die gekostet. Und ich bin jetzt am Schleppen. Die Kleine konnten Vorschläge NEHUBUCHIHBUCHIHBUCHIHBUCHIHUHMICH報SCHIHBUCHIHBUCHIHBUCHIHBUCHIHBUCHIHBUCHIHBUCHIHBUCHIHBUCHIHBUCHIHBUCHIHigkeit ISOF容易 gқlagt. Bethes responde ich überhaupt in bestimmten mir, einer der Nachsbetanyaan. Die Kleineounty Teilst doin preparations und ich dazu nutze Pomochen. Das ist eigentlich schwer, was ich freущige Jumенно producción und работает. Ich habe die Beamen, die ich尽 miljd zu kepsels in den cheers, werden kannst du machen проч 있어요. So. Ich hab mir da jetzt noch mal ne kleine, so nen Orangen-Ding gekauft, für acht. 95 oder so. So ne kleine Flasche. Gesundwurst. Aber ich mein gleich mal lieber Wasser trinken. Und dann gleich die Hunde nass machen. Soll ich dann in meinen Pool gehen? Und dann werde ich morgen Vormittag Essen kochen. Dass das dann schon mal kalt wird. Dann hab ich schon mal das Essen fertig. Ich hab vor, ne Hähnchensauce mit, ne Cremesauce mit Nudeln dann zu machen. Wenn ich wüsste, dass die Curry essen, würde ich Curry dazu machen, aber das weiß ich halt nicht. Was machen die denn da alle? Die umgezogen? Ziehen die ein oder ziehen die aus? Ja. 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 Ich glaube. Ja. 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 Ich glaube nicht. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin hier draußen. Ich denke, er ist in einem Pool. Und dann, ne, erstmal beten, sind wir in den Pool und dann die Wunde rauslassen, dann in den Pool. Und dann, sehr schön. Die ganzen Bananen, die da mal schon machen. Die Eindwobacht. Die Schlüsse. Da sind noch alle verschüttet. Schlafen noch. Zu früh. Jetzt glaube ich 10 nach 5 oder so. Jetzt wird nur noch 5. Ach, ach, ach. Das ist mal zu machen hier. Ach, ach, Katzeninvasion. Ach, ach. Da liegt einer. Da liegt eine. Ne, trautes Ehepaar. Ich bin vereint. Eine ist ja eine Katze, das andere ein Junge. Ja, da nicht mal lieber in der Wucht ist. Man weiß es nicht, oder? Jenna, du machst wieder Pommes? Ja. Okay. Und die Hunde habe ich nass gemacht. Jetzt werde ich sie noch mal ein bisschen filmen. Dann wirst du schon mal Burger machen wahrscheinlich. Ja. Sie hat schon hier alles so weit rausgeholt. Fleisch. Na ja, Pommes dauert ja noch ein bisschen. Oh nein! Die Hunde! Nein! Oh, hoffentlich kriegen sie die nicht. Bestimmt nicht. Kriegen sie bestimmt nicht, ne? Da kommen die ja nicht weiter. Da ist ja zu. Guck. Das war ab. Da haben sich die Katzen gezofft, oder sind die hier rüber? Ja, und den haben die aber vergessen, dass die Hunde hier sind. Oh mein Gott. Hat ihr das gesehen? Oh mein Gott, ihr seid verschmiert. Kopftuch. Hat ihr das gesehen? Und die Arme, die sind immer noch verschmiert. Da haben sich da die beiden Katzen gezofft, oder sind die beide hier rüber? Wahrscheinlich. Ich glaube, das war mein schwarz und die graue. Ich denke... Was war das? Irgendwas hat da geknallt. Ich weiß nicht was. Muss ich mal gucken jetzt. Dann geh ich mal gucken, was da geknallt hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du geknallt bei ihm? Nicht den Ofen anmachen, ne? Das machen wir zusammen. Also... Okay. Das ist ja Gasofen. Oh, ist das heiß. Ich bin auch wieder viel zu lang. Oh nee, jetzt macht er wieder die Musik an, Mann. Oh nein. 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 Vielen Dank. 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 Ja, ich habe noch nicht sauber gemacht. Leider, das muss ich natürlich noch machen. Ich werde dann aber wahrscheinlich nicht mehr spritzen, vielleicht nur in die Steckdose rein oder da um die Umgebung, wo die Ameisen mal durchkommen. Sollte ich auch schon mal, wenn ich sie auf Katzenjagd ist. Ich hab's aufgeregt, beide. Hm? Ich soll keine Katzen jahren. Hm? Hatschuk. 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 Hallo, we Hatschuk? Wolfgang, China. Hatschuk. Hatschuk ist Neil Gaul. Das ist Peекс Sport. Wo ist es policies? Ja, yes, 1917. Im Parlament ist Stevenッ UK. Ja, klar. Nein, nicht trinken. Nein. Nicht das Wasser trinken. Nein. Pasche, nein. Nicht das Wasser trinken. Pasche. Nein. Pasche, nein. Wie kann man das trinken? Das ist doch Chlor. Nein. Nein. Ich geh da weg. Nein. Nein. Pasche. Trinkt er da hinten in der Ecke? Nein. Nein. Schmeckt die wohl das Wasser? Was trinkt er da aus dieser Ecke raus? Da ist ihm auch irgendwie so ein Loch. Nein. 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 Wieder auf Abstadt, nicht? Wieder auf Abstadt. Dieseslev und ab alt. Esum uns alle schauce. Nein. 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 Um, um, um. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.